Und der Moritz. Moritz legt dir deinen Ball zurecht. Moritz, Moritz, Mann, die Brenz. Der Paul. Der Maximilian. Der Max Leopold. Auf geht's, Max. Anfeuern. Heft ihm. Und der Julius. Ganz sauber. So, für die zweite Runde einen kleinen Torwart wechselt. Bitte einen Riesenapplaus für die Vanessa. Und ins Tor geht jetzt der Tom Wolf. Zwei von unseren Jungs sind mittlerweile ausgeschieden. Wir verabschieden uns mit einem kurzen Applaus von Niklas und von Moritz. Beginnen wird die zweite Runde der Paul. Der Maximilian. Der Maximilian. Max Fietz, Max Fietz, Max Fietz. Eiskalt den Tor wird verloren. Und der Leopold, Max. Und der Julius. Hey, 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 hey. Damit verabschieden wir uns mit einem kurzen Applaus von Paul. Dritte Runde stechen. Und den vorlegen, wird der Ibel Maximilian. 快救, Max救, Max救, Max救. Kommt ihr weg anfeuern was ist heute los, alle nochannie vamos defend von gestern. Und Max. Der Max und der Julius. Damit haben wir noch ein Stechen um den 1. und 2. Platz. Für das Stechen holen wir uns einen neuen Torwart. Erstmal ein riesen Applaus für den Tom Wolff. Jetzt im Tor der Jonas Horn. Und das Stechen beginnen wird der Maximilian. Maxi King! Maxi King! Maxi King! Maxi King! Maxi King! Maxi King! So, Julius. Warte noch, Julius. Bist du nervös? Haust du ihn rein? Also bist du sicher? Damit ein riesen Applaus für den Jonas Horn. Eine riesen Parade gesehen für ihn. Gründer Applaus all des Klasse 1. Kommt vor zu mir. Der Leopold Max! Komm Max! Zweiter Platz, der liebe Maximilian. Und erster Platz, der FD Julius! Wacht. Geil. Und erster Platz, der avete dazu, aufsehen? Woß? Felix, was? поставiert ihr? Ja, wer Europa öfters sind. Untertitelung. BR 2018